Ja, grüß euch, da meldet sich die nüchternste Abordnung vom Stammtischlärm Young Limited alias die Kuchler Hüttenbuben. Wir dürfen uns bei den Schäffauer Hüttenbuben recht herzlich bedanken für die Nominierung. Ganz liebe Leute sind das, wenn es nur gut mit uns. Ja, wir nehmen die Herausforderung an, hüpfen da jetzt gleich in das Wasser alleine und dann kriegen wir uns da noch ein Würstchen oder weiß gut irgendwas, wo es den Kühlschrank hergibt. Genau. Und es ist heute der 31. Mai. Ja genau, der 31. Mai haben wir heute. Also wir sind alle näher mal ganz zurechnungsfähig von dem her. Eine Mitte. Oh, das ist echt cool ey. Oh, das ist echt cool ey. Hast du rein gebrummst? Weißte. Ja. Jawoll. Da habe ich ja 6. Was sind wir geworden? Feiern haben wir auch. Ich muss auch den 16. Mai aus den Kühlschrank hergibt mit das Grümeln an. Genau. Und ja, das war ein Grillpool-Challenge. Genau, nominieren dann mich keinen mehr, weil alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei und eine sichere Essen-Mützelung. Danke, Pfüatink!